Hallo liebe Freunde und Freundinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen Doom und zwar die Kampagne, neuer Platz jawohl und Kampagne starten, das klingt doch hervorragend. Der ein oder andere von euch kennt dieses Spiel vielleicht schon aus alten Versionen. Ich habe es leider, muss ich wirklich gestehen, noch nie gespielt, also die älteren Varianten. Deswegen ist das hier mein erstes Doom und ich bin mal sehr gespannt. Ich würde sagen, so zum Einstieg wäre Albtraum ein bisschen hart. Ultra Brutal, puh, ich weiß ja nicht genau, zu jung zum Sterben, naja, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber los gibt's mir. Du schreitest ewig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen, möge das Blut auf deinem Schwert niemals trocknen. Und mögen wir dich nie wieder brauchen. Ha, Korax Eintrag, sieben Minuten siebzehn oder sieben Stunden siebzehn, ich weiß es nicht. Egal, wir drücken Lettaste und fahren fort. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du, du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. So, sollten wir uns gleich mal drum kümmern, hätte ich gesagt. Guck, der lebt ja noch, der Sack. Okay, jetzt lebt keiner mehr. Heiei, heiei. Okay, wir erholen uns langsam. War ein bisschen verschwommen. Interessantes Setting auch. Geiler Scheiß. Also ich weiß, um was es in Doom geht, aber ich hab's noch nie gespielt, leider. Also, bitte, äh, tragt mir das nicht nach. Ach, ich weiß, es ist eigentlich ein, ähm, Must-Have. Wir werden uns darum kümmern. Okay. Werden wir das, ja? Ja, das ist ja auch interessant. Hier eine Konsole. Und das hier scheint ein Altar zu sein. Ich glaub, das Ding müssen wir uns gleich holen. Ähm, ich guck mich aber nochmal schnell um hier, was hier alles so rumliegt. Das ist ja ekelhaft. Mann, Mann, Mann. Okay. Wir holen uns den Anzug. Und ich bin schon sehr gespannt, was da auf uns zukommen mag. Schöner Helm. Okay. Startsequenz. Kalibrierung beendet. Ah, Dämoneninvasion im Gange. Statusbericht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Scan unvollständig. Verluste in der Basis. Äh, nichts verfügbar. Okay. Analysiere Fehler. Satellitensystem ist offline. Ja, ich hab so das Gefühl, das ist unsere erste Aufgabe. Das Satellitensystem wieder online bringen. Dachte ich mir schon fast. Fehler bei der Ausrichtung. Okay. Na, das will ich doch mal schwer hoffen, dass wir dieses Problem lösen können. Geil. Wir können die Schädel rumschießen. Hahaha. Geht das mit allen? Na, mit dem hier nicht. Mit dem hier geht's. Mit dem. Mit dem. Yeah. Okay. Äh, genug der Albernheiten. Ich würde mal sagen, wir starten direkt durch hier. Aha. Da kommt ja schon einer. So. Äh, Glory Kills. Fügst du einem Dämonen Schaden zu, wird er benommen. Was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn heran und drücke F. Äh, ja. Ist klar. Ungefähr so. Alter, geil. Bam. Bams. Da ist noch einer. Yeah. Hohohoho. Cool. So, okay. Hier drücke E. Hallo? Jetzt. Oh, eine neue Waffe. Shotgun. Zum Ansehen Tab drücken. Sehen wir uns doch gleich mal an. Okay. Felddrohnen, äh, gesperrt, gesperrt. Äh, dekodierter Eintrag 001, 003. Das hier unten, äh, bei den Waffen werde ich jetzt einfach mal nicht vorlesen. Das, äh, ne? Lassen wir. So, wir kommen hier durch, schätze ich. Jawohl. Oh, da kommt schon wieder einer. Ein grässliches Vieh. Da komm her. So, erledigt. Hohoho. Okay. So. Wir haben, ah, rechts sieht man das Magazin und links sieht man unseren Heilungszustand. So, kann ich eigentlich, oh, da können wir irgendwas aufladen. Ich dachte, damit kann ich versieren, kann ich nicht, okay. Ah, das ist dann so One-Shot-One-Kill-Style, oder wie? Yeah. Das ist ja mal easy peasy hier. Okay, ein bisschen Aufladezeit können wir noch verschmerzen. Ist noch nicht so viel los hier gerade. Ich glaube, aber nachher wird das ganz schön kontraproduktiv. Abriegelung abgeschlossen. Okay, wir sind hier wohl abgeriegelt. So, was haben wir hier alles? Aha, Heilung. Das ist Rüstung, okay. So, ich taste mich jetzt erstmal ein bisschen an das Spiel hier ran. Den haben wir erledigt. So, und jetzt? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ein bisschen Heilung ist immer gut. Komme ich hier eigentlich hoch? Jawohl. Okay, Heilung ist auf Maximum. Äh, jetzt geht's wie weiter? Hier unten müssen wir irgendwas erledigen. Aha. Ja. Ekerhaft. Oh, ich glaube, jetzt kommen sie. Ja, ja, ja. Okay, Baby. Komm her. Bäm, weg mit deinem Schäden. Ich nehme mal lieber die, weil Munition ist vielleicht momentan noch ein bisschen dünn gesät, ich weiß es nicht. Uuah, ha, 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 ha. Alter, ist das krass animiert. Ha, 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 ha. Okay, hier ist wieder Munition gewesen. So, da unten hüpfen noch ein paar rum. Hier haben wir, okay. Haben wir den auch? Da ist noch... Uah, direkt vor uns. Bäm. Ho, 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 ho. Hier ist noch ein bisschen Rüstung. Uah, ins Gesicht getreten, Junge. He, 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 he. So, da hinten hüpft noch einer. Bäm. Weg damit. Uah. Ich nehme doch mal die Shotgun. Ein bisschen effektiver als die andere. Oh, wie ist die alle gleich zersplattert hier. Geile Scheiß. Alter. Das hätte ich mir jetzt sparen können, den Schuss. Egal. Okay. Präsenz ist eliminiert. Das heißt, wir sind erstmal durch durch die Arena hier. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch irgendwo Munition haben liegen lassen. Jawohl. Und da drüben wären wir noch Heilung, aber können wir nicht mehr aufnehmen. Okay, ist voll. Nur Rüstung haben wir keine mehr aktuell. Darf er nicht? Okay. Ja, dann... Das finde ich sehr gut. Bethesda. Haha, ID. Okay, cool. Doom. Auch ein sehr, sehr geiler Soundtrack, muss ich sagen. Hashtag leider geil. Okay, wir sind also jetzt außerhalb der Base. Drücke Tab, um das Dosier aufzurufen. Im Reiter Mission werden dir die Automap, verfügbare Missionsvorausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die gefunden wurden. Ah, okay. Hier haben wir eine Map. Ich verstehe. Das ist auch sehr nice. Diese 3D-View da unten. Da waren wir scheinbar. Da kommen wir her. Ich weiß nicht, ob wir da den einen Gang da, ob es da noch weitergegangen wäre. Egal. Okay, und alles, was blau ist, haben wir scheinbar. Und was grau ist, haben wir nicht. Okay. Geiler Scheiß. So, ja. Habe ich mich nicht getäuscht. Da hinten ist noch etwas grau. Da können wir auch mal noch schnell hingucken. Ah, okay. So, wie geht es jetzt weiter? Müssen wir da runter oder müssen wir irgendwo hier? Nee. Okay, dann vermute ich mal, dass wir hier runter müssen. Hier haben wir stufenweise Aufprallschutz. Sehr cool. Es ist gut to know, dass wir den haben. Und hier hoch. So. So. Über die Map können wir scheinbar auch immer ein bisschen kontrollieren, ob wir schon alles abgelaufen sind. Nicht, dass wir irgendwelche Secrets oder so. Oder Easter Eggs verpassen. Das wäre natürlich ärgerlich. So. Ein bisschen komisch einzusehen ist es schon, aber macht nichts. So, hier hinten waren wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir hier unten alles. So. Dann würde ich sagen, dürfte es nicht lang... Was drücke ich eh? Oh. Codex-Eintrag. Zum Ansehen Tab drücken. Okay. Trotz der Entdeckung von flüssigem Wasser auf dem Mars im 21. Jahrhundert bot für die nächsten 100 Jahre eine Kolonisierung des Planeten wenig Anreiz. Nachdem man 2095 jedoch den Argentbruch ein transdimensionales Strom aus rohem Argentplasma entdeckt hatte, wurde es bald essentiell, den Mars für den Rohstoffabbau zu besiedeln, um den riesigen Energiebedarf der Erde decken zu können. Allerdings erschienen die Probleme bei der Atmosphärenumwandlung und beim Terraforming für alle Unternehmen unüberwindlich. Für alle bis auf eines, die UAC. Dank enormer Forschungsanstrengen und beispielloser Weitsicht konnte MTC 2096 ein Außenposten aufgebaut werden, um Argentumplasma aus dem Bruch zu fördern. Mithilfe des fermionischen Übertragungsmusters der UAC wird dieses Plasma ein Argentenergie umgewandelt. Dieses erstaunliche Unterfangen zahlte sich schließlich aus, denn Argentenergie wurde zur Hauptenergiequelle der Erde. Besucher der UAC... Ja, der UAC was? Okay, hier geht's nicht weiter, schade. Na gut, dann... Was haben wir denn hier eigentlich noch? Datenbank, Waffen, Monster... Aha, das sind jetzt... Äh... Was sind das? Einfach nur Dämonen. Okay, Artefakte. Ah, der Pretorenanzug, den haben wir gefunden. Okay, und Glorikills... Jo, die Beschreibung dazu. Okay, dann wissen wir Bescheid und können mal schnell weitermachen. Ich finde es übrigens sehr geil, wie flüssig und schnell dieses Spiel läuft. Auf meinem neuen Rechner. Mwahaha, großartig. So, da unten die nächste Arena. Können wir jetzt vielleicht auch sogar von hier oben schon erstmal den einen oder anderen erledigen. Was hat der da hinten? Komm schon her. Da ist noch einer. Yes, Sir. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Natürlich tauchen jetzt noch weitere auf. Das war auch klar. Äh, die haben jetzt plötzlich Schießeisen. Ah, und die Standard-Dämonen sind auch mit dabei. Okay. So, mit der Munition müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Oha, verdammt. Hallo. Okay, den haben wir erledigt. Wunderbar. So, es ist ein sehr schnelles Spiel. Also es läuft nicht nur schnell und flüssig, sondern man muss auch schnell handeln. So, wo sind sie? Da ist noch Rüstung. Okay. Da drüben ist auch noch was. Komm ich da? Yo. Sehr gut. Da oben gibt es noch Heilungen. Da ist auch noch eine. Haha, der ist mir schön in den Lauf gesprungen. Ganz hervorragend. So, irgendwo habe ich glaube ich noch einen gehört, oder? Oder nicht? Haben wir jetzt alle? Ich glaube, wir haben alle. Speicherpunkt erreicht. Okay. Haben wir hier alles entdeckt? Nein, haben wir noch nicht. Da oben geht es noch ein Stückchen nach da hinten. Also rechts weg. Sofern wir da hinkommen von hier aus. Ach ja, hier geht es dann weiter. Okay. Okay. So. Ja, genau. Wunderbar. So, blauen Zugangsschlüssel finden. Finde den Eingang. Da haben wir glaube ich einen Zugangsschlüssel. Schauen wir mal. Jawohl. Sehr gut. Finde die Ursache. Naja gut, die Ursache wissen wir ja, dass der Satellit nicht ausgerichtet ist. Oder irgendwie so war das doch, ne? Ganz wunderbar, wir können durch. Oh, Granaten. Geil. Tutorial ansehen. Aha, da gibt es dann verschiedene Varianten und so. Ich verstehe. Steuerung links oder mittlere Maustaste. Plättorenanzug verbessert werden. Okay. What auch ever. Können wir ja gleich mal checken hier. Haben wir da jetzt unendlich davon, oder? Ah, okay. So ein Reload-Teil. Okay, okay. Wir können also eine werfen. Dann muss ich ein bisschen nachladen. Und dann können wir wieder eine werfen. So. Scheinbar sind die Granaten auch extrem effektiv. Was ist das hier für ein schmuckes Gerät? Sieht ja geil aus. Aha. So. Gleich mal hier. Ah. Und tschüss. So. Da unten haben wir auch noch welche. Die sind ausgeschalten. Aber hier oben ging es doch auch noch weiter. Dann gucke ich erst mal da rein. Dass wir auch ja nichts übersehen. Oh yeah. Flash. Haben wir alle erwischt? Nein. Da ist noch einer. gewesen. Okay. So. Was finden wir hier? Mhm. Ich glaube, das sind jetzt die Modifikationen für den Bretonanzug. Jawohl. Okay. So. Hier ist noch gesperrt. Granaten. Da brauchen wir zwei für. Wir haben nur einen. Okay. Ich verstehe. Dann machen wir doch das Ding hier mal. Gefahrenschutz. Als nächstes kommt Selbsterhaltung. Wegen der Schaden. Weniger Schaden durch die eigene Waffe. Ist auch interessant. Das heißt, wir fügen uns also Selbstschaden zu. Okay. Good to know. Nice. So. Was ist hier? Schönes. Wird heruntergeladen. Hier können wir ein bisschen Rüstung einsacken. Ist er fertig? Scheint so. So. Die Automap ist gespeichert. Ich gucke mal ganz kurz. Ähm. Das hier vorne hat er jetzt irgendwie nicht blau markiert. Obwohl wir da waren. Da haben wir ja die Modifikation gefunden. Na gut. Dann, äh. Würde ich vorschlagen. Dann gehen wir zurück. Und nach unten. Ach. Schauern. Jetzt kommt ein da tolles. Kaboom. Hehehehe. Hehehe. Aufs Maul. Okidoki. So. Hier geht es dann schätze ich mal weiter. Hier. Ah. Genau. Da waren wir gerade und haben die Modifikation gefunden. Bams. So. Und hier. Hier haben wir noch etwas Rüstung. Ok. Naja gut. Dann, äh. Schau ich mal ganz kurz. Müssen wir da runter gehen. Ok. In die nächste Ebene. Ok. Okay. Ganz wunderbar. Hier ist auch noch einer. so you